ja hallo mich ja kurz so der rucksack unternehmer willkommen an diesen fantastischen tag zum besten video aller zarten heute wie die 125 euro durch video schauen verdienen kannst da gibt es sehr viele ideen da draußen und so ich bin echt mal gespannt können wir das wirklich am tag im monat im leben 125 euro ich bin gespannt es gibt zwölf daumen runter 29 hoch bei fast 600 aufrufen schon wo interessantes verhältnis auf jeden fall aber erst mal was in eigener sache mein kanal geld verdienen im internet hast du ihn schon abonniert ja du bist jetzt gerade drauf und ich würde einfach freuen wenn du unter dem video einfach auf den button klickst zum abonnieren und gleichzeitig wenn du dann noch die glocke aktiviert weil die glocke ist dafür da dass du wirklich auch eine push nachricht bekommt wenn ich ein neues video hochladen wie dieses jahr oder auch für die vergangenen und schau auch wenn du ganz neu bist gerne mal die videos an der letzten tage und wochen es sind so viele coole videos online ich freue mich so jetzt starten wir durch mit 125 euro und leon kramer der hat echt schon 10.000 abonnenten der hat das video rausgebracht und ich bin echt gespannt schauen wir mal bis zu 125 euro zu verdienen das ist hier auch denke ich mal recht realistisch wenn man das ganze hier ja regelmäßig benutzt dafür bezahlt werden dass man videos kommt das klingt erstmal zu gut und die meisten von uns schauen sogar täglich videos und das ganze komplett kostenlos auf youtube beziehungsweise sie werden dafür nicht bezahlt und was wäre wenn man dafür jetzt auch noch bezahlt werden würde das wäre natürlich super und in diesem video gibt es mal eine methode dazu wie das ganze tatsächlich möglich ist mein namens leon kramer und auf meinem kanal bekommt ihr immer die neuesten und besten methoden zum thema online geld verdienen jeder der sich jetzt frühzeitig mit dem thema online geld verdienen beschäftigt wird später einen extrem großen vorteil haben und wenn ihr keine weiteren videos mehr verpassen wollt und immer auf dem neuesten stand bleiben wollt könnt ihr gerne den kanal komplett kostenlos abonnieren und die glocke aktivieren dann seid ihr immer auf dem neuesten stand genau jetzt geht es auch schon direkt los mit dem video falls ihr noch fragen habt oder weitere apps und webseiten kennt zum thema geld verdienen zu dem ich mein video machen soll dann schreibt das ganze gerne in die kommentare und falls noch mehr zum thema online geld verdienen wissen wollt schaut gerne in die video beschreibung dort habe ich euch ein paar empfehlungen von mir verlinkt und jetzt geht es auch schon los mit der methode so und zwar habe ich euch jetzt hier mal ein paar apps zum thema online geld verdienen rausgesucht und vorher noch ein paar apps das ist ja cool habe ich jetzt mal gespannt ganz wichtige anweis und zwar ich bin nicht gesponsert also diese apps die habe ich nicht dafür bezahlt dass das ganze dass ich das hier sage dass wenn ich das schon sehe dass die halt 242.000 positive bewertung haben dann frage ich mir immer auch hier sind die alle so reich geworden oder so oder wunders sind es wieder bewertung wo die halt 50 cent für eine bewertung bekommen weil es ist so zum haare raufen und ganz ehrlich die plattformen sollten da auch endlich mal ein riegel vorschieben und dann diese apps und die bewertung löschen wenn du dafür bezahlt wurdest es ist halt so schau dir die bewertungen an und alle positiv das ist du lockst dich das erste mal ein in die app und die sagen hey du kriegst 50 cent wenn du uns positiv bewertet das scheiße keine bezahlte werbung sondern ich habe das selbst persönlich rausgesucht hier ganz wichtige anweis und ja beim thema geld verdienen mit apps ist ja immer so eine sache ich habe jetzt schon sehr sehr viele apps getestet auch schon viele videos zu dem thema gemacht und es gibt einige apps die leider nicht funktionieren und einige apps die aber schon funktionieren und diese app ist eben eine davon und ja hier haben wir über 4,5 von fünf möglichen stern über 200.000 bewertungen also eine top bewertung hier also ich kann das einfach nur sagen wenn das so top ist und keiner sagt boah die app hat auf mein handy nicht funktioniert weil er ein altes handy hat boah das einloggen hat nicht funktioniert die app schmiert immer ab und so und die haben mich ausbezahlt oder so die zahlen erst ab 10 euro aus und so und dann wenn diese kommentare da nicht sind weil die sind irgendwie normal du kennst das dann bewerten auch immer erst etwas wenn es eigentlich schlecht ist oder wann bewertest du in ein restaurant oder so du kommst manchmal eher in die versuchung wenn es schlecht ist aber nicht jedes mal wenn du in einen guten restaurant ist beschreibst du sofort wieder ein gutes restaurant machen die meisten nicht die schreiben eher eine bewertung wenn es ein bisschen schlechter wird und hier die ganze ist die apple freigeben also jeder kann das ganze wirklich benutzen und hier haben wir eben die möglichkeit punkte zu sammeln und das ganze ist ja auch schon in aber 65.000 punkte für 50 euro paypal gut haben 65.000 pro weil die sind immer so aber ich habe wieder 200 punkte und so nein du musst 65.000 punkte haben und 50 euro zu bekommen ich mag das nicht diese punkte systeme und so da das ist so irreführend weil du guckst dann vier minuten video an und bekommst eigentlich nur zwei cent oder so oft so sieht es auch aus weil guck mal für 5 euro musst du 6.500 punkte haben 5 euro und wenn du dann nur 100 oder 200 punkte bekommst du so ein video oder eine umfrage oder so brauchst du lange für die 6.500 oder wo ist das genau wir verstehen uns ach noch etwas noch etwas ganz wichtig hol dir doch mein affiliate marketing report dort zeige ich dir viele sachen über affiliate marketing du wirst viel über affiliate marketing lernen link unter diesem video erste kommentar und dann auch orange button klicken und dann gratis runterlagen mach das mal dann kannst du auch geld verdienen zumindest mehr als fünf euro was ja auch nicht schlecht ist aber hier haben wir wirklich mal echtes geld in form von paypal gut haben oder ich habe ja gesagt durch das schauen von videos und das ist eben auch hier bei dieser app der fall und zwar wir sehen das ganze hier auch schon hier sehen wir die ganzen aufgaben zum beispiel hier auch punkt watch videos also muss man einfach nur videos schauen jetzt bin ich mir aber das ist die app nicht er zeigt einfach nur den shop schade bekommt dann hier die credits und diese credits kann man denn eben hier eintauschen in paypal gut haben und das ganze wird eben auch wirklich ausgezahlt und das ganze auch tatsächlich relativ schnell innerhalb von einem tag oder hier haben wir noch weitere aufgaben zum beispiel man kann hier weitere aufgaben erledigen angebote gibt es ja immer jeden tag und man bekommt an manchen tagen mehr mehr geld beziehungsweise mehr credits und an anderen tagen weniger schaut da einfach immer dass ihr immer besten angebote wahrnehmen unter eben dann die aufgaben erfüllt und ja das ist eben eine sehr gute methode hier so ist das ganze dann aus wenn ihr zum beispiel eine aufgabe erfüllt habt ihr habt ein video geschaut bekommt ihr hier 800 credits dafür und wenn ihr dann eine gewisse anzahl an credits erspielt habt beziehungsweise erwirtschaftet habt könnt ihr euch das ganze hier daneben auszahlen lassen ja das ist eben eine sehr gute methode wie ich finde was ich hier auch gut finde es ist schon ab fünf euro möglich das heißt hier muss man nicht erstmal bis 50 oder 100 euro warten sondern schon ab fünf euro ist das ganze möglich deswegen ist es auch ja eigentlich für anfänger ganz gut geeignet weil man das eben nebenbei machen kann wichtiger ist noch man geht jetzt mit diesen und mit den anderen apps die ich noch vorstellen werde diese video auf keinen fall reich oder ähnliches das ist eher als kleiner ja keine zwischeneinnahme nebenbei falls sie wirklich noch mehr verdienen wollen online schaut gerne in die video beschreibung dort habe ich ein paar empfehlungen verlinken wie man noch mehr verdienen kann und ja hier kann man eben durch die videos ein bisschen was dazu verdienen jetzt schauen wir uns noch ein paar bewertungen zu der app an so zwar die app ist auch recht aktuell und zwar vom 5 juni 2020 dort wird sie zumindest zuletzt aktualisiert was aber auch ein bisschen wenig ist oder so ein paar sicherheitsupdates oder so wird die dann überhaupt noch wenn die dann ein jahr nicht aktualisiert wird kein sicherheitsupdate kein designupdate oder so ist auch ein bisschen komisch oder also irgendwie keine sicherheitslücke hatte die app die war so gut programmiert dass die ein jahr kein update machen brauchen respekt 5 millionen downloads also da könnt ihr euch sicher sein dass das ganze auch seriös ist weil sonst hätte ich die app nicht 5 millionen downloads gerade mal ja 8,2 fb also jetzt auch nicht sonderlich viele daten die ihr dafür braucht beziehungsweise für den speicherplatz so und zwar ihr könnt hier dann falls ihr eine frage habt an support at cashback.io einfach eine e mail schreiben die app wurde hier in england entwickelt und ja jetzt haben wir hier noch ein paar bewertungen und zwar ich bin begeistert von der app die auszahlung von 20 euro kam schon nach einem tag also ihr müsst auch nicht lange warten sobald ihr dann etwas verdient habt hier ist auch tatsächlich eine negative bewertung naja okay bis man das bekommt dauert es halt lange vier wochen gespielt und 20 euro bekommen ja wie gesagt wenn man jetzt jeden tag noch ein bisschen was rein bis hier zum beispiel mal zehn oder fünf minuten dann sind ist 20 euro in einem monat gar nicht mal so schlecht wie gesagt das ist nur für nebenbei und deswegen verstehe ich auch nicht warum ihr dann nur zwei sterne gibt es ist ja klar dass man jetzt hiermit nicht reich oder ähnliches aber naja naja überhaupt für spielen bezahlt zu werden 20 euro naja ist die philosophie oder machst du das und spielst ein bisschen hast fun und kriegst gar nichts oder zahlst vielleicht noch für spiel oder du machst es hier und bekommst 20 euro wenn du wirklich langeweile hast auf dem weg zur arbeit und so habe ich schon so oft gesagt dann macht das doch 20 euro mitnehmen ja nein du hättest sowieso lange weile aber im business modell ist es natürlich nicht schreibt gerne in die kommentare wie viel ihr mit der app bisher verdient habt und wenn ich dazu noch mal ein ausführliches video machen soll schreibt das auch gerne rein und jetzt geht es weiter mit der nächsten app so die nächste app die wir heute haben ist zerklemmy verdienen sie kostenlos online geld hat auch eine sehr gute bewertung von über vier ein viertel stern von fünf möglichen stern und hier ist das ganze im okay das sind einfach oft sind diese bilder auch einfach nur fake irgendwelche da hat einer für eine umfrage 20 dollar bekommen 20 euro oder so und dann bist du eingeloggt und kriegst keine 80 cent oder so hier muss man eben bestimmte aufgaben auf social media ausführen das heißt man muss zum beispiel bestimmte fotos liken bei instagram oder man kann hier eben videos anschauen oder webseiten besuchen oder eben werbung anschauen und dafür auch noch bezahlt werden hier sieht man immer genau wie viel man wann verdient hat und durch welche methoden und so weiter und so fort deswegen ist das ganze hier auch recht transparent hier sieht man immer wenn man zuletzt eine auszahlung hatte und ja hier kann man sich das ganze auch ganz normal dann wirklich als echtes geld auch überweisen weil es ist natürlich immer so eine art problem bei den apps dass man manchmal nur gutscheine bekommt oder eben nur irgendwelche rabatte was auch immer aber nicht nicht wirklich echtes gelten dass bei dieser app eben beziehungsweise bei allen apps hier aus dem video eben anders dass man hier wirklich auch mal echtes geld bekommt und das ganze eben auch aufs konto auszahlen lassen kann hier ist ja das ziel im monat bis zu 125 euro zu verdienen das ist hier auch denke ich mal recht realistisch wenn man das ganze hier regelmäßig benutzt wie gesagt also ihr seht schon 120 euro pro monat naja der eine hat 20 euro gesagt ne das ist schon ein kleiner unterschied oder so ich würde auch sagen komm wir haben jetzt genug von der app gehört oder ich bin jetzt nicht ganz überzeugt davon aber mache es wenn du lange weile hast dann ja warum nicht wie gesagt im zug oder so manchmal gibt es ja im zug sogar wlan und so brauchst du nicht mal dein mobiles internetverbrauch oder eine pause oder so ja gerade wenn du schüler bist dann sowieso egal machst du das halt immer zwischenzeitlich oder oder mein name ist micha koltz und ich bin der rucksack und nehme ich habe hier noch zwei weiteren videos für dich check die auch ab ich bin raus ciao